Um sich bei myAIDA einzuloggen, klicken Sie auf unserer Webseite www.aida.de auf myAIDA in der rechten oberen Ecke. Oder besuchen Sie direkt die myAIDA-Internetseite unter www.aida.de-myAIDA. Bitte beachten Sie, dass der erstmalige myAIDA-Login frühestens 24 Stunden nach Ihrer Buchung möglich ist. Die erste Anmeldung muss zwingend durch die Person erfolgen, die die Reise gebucht hat. Führen Sie nun den Login durch, indem Sie Ihren vollständigen Vornamen, Nachnamen und Ihre AIDA-Buchungsnummer eingeben. Diese finden Sie oben rechts auf Ihrer Reservierungsbestätigung oder Rechnung. Bitte beachten Sie, dass Doppelnamen in korrekter Schreibweise und gegebenenfalls mit Bindestrich eingegeben werden müssen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf Login klicken. Auf der nachfolgenden Seite wählen Sie einmalig aus, ob Sie das Passwort per E-Mail oder SMS erhalten möchten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in korrekter Schreibweise ein. Möchten Sie Ihr Passwort per Telefon erhalten? Beachten Sie bitte, dass der Ländercode PLUS49 die Null am Anfang Ihrer Vorwahl- oder Handynummer ersetzt. Klicken Sie anschließend auf Speichern. Nach erfolgreicher Eingabe wird Ihnen innerhalb von 5 Minuten Ihr anfängliches Passwort zugeschickt. Auf der nachfolgenden Seite geben Sie bitte das von uns zugeschickte Passwort ein und klicken auf Login. Bei erstmaliger Eingabe müssen Sie dieses durch ein persönliches Passwort ersetzen. Merken Sie sich Ihr persönliches Passwort gut, denn dieses verwenden Sie bei allen nachfolgenden Besuchen von myAIDA. Geben Sie Ihr persönliches Passwort ein und wiederholen Sie die Eingabe im Feld darunter. Klicken Sie auf Login. Möchten Sie den myAIDA-Login auch für Ihre Mitreisenden ermöglichen? Klicken Sie auf Passwort für Mitreisende. Markieren Sie nun alle Mitreisenden, für die der Login ermöglicht werden soll. Bitte wählen Sie aus, ob wir den Mitreisenden ein anfängliches Passwort per E-Mail oder SMS zuschicken dürfen. Klicken Sie auf Speichern. Nach etwa 5 Minuten erhalten Ihre Begleiter ein Passwort und können sich einloggen. Bei der erstmaligen Anmeldung müssen Ihre Mitreisenden das anfängliche Passwort durch ein persönlich gewähltes Passwort ersetzen. Danach können auch diese die myAIDA-Reisewelt erkunden. Alternativ können Sie sich auch mit Ihrem AIDA-Club-Profil einloggen, um sich für das AIDA-Club-Portal anzumelden. Hierfür benötigen Sie Ihre Kundennummer bzw. den Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort. Ihr Benutzername und das persönliche Passwort können im Club-Portal gepflegt werden. Außerdem können Sie sich hier als Club-Mitglied registrieren. Möchten Sie myAIDA erst einmal testen, ist ein Login über Vorschau für alle Reisen ideal. Sie können sich bequem mit einer Zufallsreise anmelden oder die Anmeldung durch die Angabe von Zielgebiet, Route, Hin- und Rückreise verfeinern.